Hey Leute, hier ist euer ChipLayerD wieder mit einem neuen Call of Duty Modern Warfare 3 Online Video. Heute spielen wir auch vorhin mit der PP90 in einer schönen Goldtarnung mit einem Unterstützungs-Pack, also mit einer Supporter-Klasse. Wenn ihr wollt, dass ich mal ein Video oder meine Klassen vorstelle, wie die so aufgebaut sind, dann schreibt unten in die Kommentare das einfach rein, so, yo, dass ihr das so wollt. Dann kann ich ja mal ein Video drüber machen, so wie meine Waffen aufgebaut sind. Falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, das müsste normales ein Call of Duty Video sein, also wieder ein MV3-Video, wo ich eine Mob gemacht habe auf Hardhead, wenn ich mich nicht täusche, Leute. Schaut einfach da auch mal, ne, bei Arcaden, Entschuldigung, Leute, bei Arcaden, tut mir echt leid. Schaut einfach da auch vorbei, mit der PP90 habe ich die erspielt, auch Spezialisten, also schaut einfach da auch vorbei. Falls ihr Interesse an Minecraft oder etc. habt, könnt ihr genauso da vorbeischauen und dieser Rushhit killt uns ständig. Wie steht's überhaupt? Ah, ich bin schon 2-2. Ja, ich muss mir ein bisschen zusammenreißen, Leute. Ah, ja, ich muss nicht immer so viel reden. Da haben wir gleich einen. Haben wir einmal zu. Juhu. Juhu. Das ist doch wahnsinnig, Leute. Komm. Das ist so weiter weg, teilweise sind alle bei B. Wir spielen mit ein paar Freunden in der Lobby mit die Aingeys. Joa. Falls ihr mal Lust habt, mit mir zu spielen, könnt ihr mir genauso eine Freundschaftsfrage schicken. Oder schaut unten in die Video-, in die Infobox. Entschuldigung, Leute. Da ist ein kleiner Text, da könnt ihr genauso, ist der uns sichtbar? Ne, der lag auf dem Boden, ich hab ihn echt nicht gesehen. Ja, da gibt's ein kleiner Text, da könnt ihr euch bewerben und ja, alle Infos findet ihr dort unten. Einfach da reinschauen. Auch alle meine Playlists sind unten verbunden, da könnt ihr genauso nachschauen. Und wir fänden einfach gar keinen. Oh, ich hab vielleicht gesehen und hier haben wir einen. Ja, nein, der kält uns. Oh, nein, wir spielen vier, fünf Leute, das müssen wir schaffen hier. Okay, nochmal neu. Also, Leute, jetzt geht's voll drauf. Probieren wir mal. Und dann müssen wir mal eine andere Waffe wechseln. Und schauen, ob wir überspielverschandlung spielen. Wo ist der? Ich seh' nicht mehr. Ja. Ne, probieren wir mal hier. ACR mit Supporter-Klasse, Leute. Naja, das ist auch nicht schlecht. Mit der Drohne und der Parbalistic Westen, das ist immer praktisch. Das müsst ihr ja schon mittlerweile mitbekommen haben. Und ich glaub, selber wissen viele unter euch genauso, dass... Ja, Supporter-Klasse eigentlich ziemlich gut ist, wenn es einer spielt. Kann man den anderen unterstützen auf Mord? Ja, man kann auch selber Mord spielen, Leute. Nicht, dass ihr zu denken, so, hey, Supporter und der Supporter bei einem anderen. Und wenn wir ja selber mal abspielen gehen, dann kann ich auch selber mal abspielen. Die Kuppel zu mir haben das schon geschafft mit Supporter-Klasse. Ah, das ist schon oft. Ja. Könnt' ich hier auch mal ein Video hochbauen. Süß. Uh, nice. Okay. Boah, der hat uns fast gekillt. Aber da müsste auch nicht einer sein. Ja. Nein, er killt uns einfach. Er hat auf uns gewartet. Ihr, Leute, könnt ihr Ballistikweste haben. Ja. Keine Ahnung, meine Ballistikweste, was tue ich sie überhaupt rein? Ich tue sie nicht für mich rein. Weil sie sind eigentlich schon, im Endeffekt schon. Man tut sie mehr für sich selber rein als für die anderen. Dann nehmen sie doch eh nicht immer. Obwohl es viel besser wäre, wenn man ein paar mehr Hitze aushält. Die könnte es echt ausmachen. Uh, gut, das ist die mir fehlt. Und wie bei uns, gerade eben da, was die nicht praktisch. Oh, da ums formen sie, okay. Oh, hätte ich jetzt nicht da hingesperreht. Ich glaube, ich wären gestorben. Mann, wir haben es doch verliebt, was, Alter. Verlässt, der Freista, Power. Wow. Ja, schau, die Granate hätte uns vielleicht gekillt, aber so killt sie uns nicht. Steht ihr, Leute, so ist es. Oh, es ist, das lädt uns ein. Nein. Er will unbedingt mit dem Spiel oder will, dass wir mit ihm spielen? Nein, von beiden. Okay, da oben. Ah, da. Nein, er kommt einfach echt sprechend um die Ecke und killt uns. Wollen wir es? Was ist das? Hölle. Das ist nicht mehr das Call of Duty, was ich früher gespielt habe. Da hinten. Ne. Ne. Ernsthaft? Ne. Probieren wir es. Einfach alle halten sie e-Bit. Das müsste eigentlich voll im Wissen sein. Ja, warum stellt euch so an. Ich sehe die Gegner immer noch so kurz und dann sind sie schon wieder weg. Ja, das spielt einfach mal is-kalt. Atem-Peter habe ich gesehen. Ja, alter, ich hasse den Baum da. Ich stehe zu Baum 13, nein. Man, ich muss nicht mehr so gut, ich muss nicht mehr so zwei. Vielleicht, ja, wir werden von Steel Bombe gut. Wieso spielt man mit sowas, Leute? Wieso spielt man mit einem Steel Bomber? Ja. Ja. Mal, so ein Typ tot. War nicht hier auch noch irgendwo einer. Weißt du, wir spielen ohne Ton, Leute. Da ist es echt alles richtig schwer. Mit Ton wäre es ein bisschen einfacher. Mir ist auch keiner, oder doch, da ist ein AFK-Peter, ich habe hier nicht schlecht gesehen. Schäme ich mich echt. Ja, hier. Random Typ, schnapp dir eine Ballistikweste. Ja, alle Gegner sind jetzt überall woanders. Wieso haben wir alle Flaggen, Leute? Nicht alle Flaggen, nein. Oh, die werden auch nicht da gesprungen. Oh, wenn da schon die zwei sind, werden die schon abgemacht haben, ja. Wow, der hat uns was gefühlt. Und der hier killt uns einfach mal. Kann es sein, dass die zusammenspielen? Das ist sehr voll nervig. Okay. Ne. Schauen wir mal dort lang. Boah, Alter, das ist irgendwie gelaufen, Mann. Das ist so nervig. Ey, falls ihr mal einen bestimmten Modus sehen wollt, den wo ich spiele, schreibt doch in die Kommentare, weil... Das kann man ja arrangieren oder eine besondere Waffe. Aber keine blöden Waffen, Leute. Jetzt nicht, dass ihr da am Schluss Striker oder so reinschreibt, weil sowas kann ich gar nicht spielen. Ah, ja, den killt er nicht, der neben ihnen. Aber schön, dass wir wenigstens ein Astro-Papier bekommen. Nett. Okay. Ich habe auch zu sterben, aber ich habe es echt auch. Okay. Wow, das ist klar. Ja, ich dachte, gut, das verbindet das, die Bomber, aber... Gehen wir da weiter. Okay, nachher. Hier müsst ihr noch einmal sagen, gut, den habt ihr... Ah, eine Weste für uns alle, holt sie... Warte, wieso will keiner meine Westen? Alter. Wieso, sind das meine Westen? Nur für mich Westen? Die kriegt sowieso keiner ab. Ich wollte euch eh keine geben. Was habe ich nur so gesagt? Er hat die Kinder in einem... ...spawned. Ja, jetzt nehmen sie meine Westen. Jetzt, wo ich das gesagt habe. Meine Westen sind die Westen von allen. Sind Handgefährte. Wo, 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 wo. Seine Todzeuge. Nein, der trifft uns sogar. Leute, der ist euer Fall. Ich schau mal hier so raus aus dem Fenster. Na, ne. Ich kann nicht mal wirklich sagen, wo ist die Spot, weil sie alle Flaggen einfach haben. Da hinten sind sie, aber dann sind sie wieder bei A. Ah, geil. Angelika hat Moab. Nice. Leute. Das verdient einen Daumen nach oben, oder nicht? Diese Moab. Eindeutig. Auch wenn sie supported ist von mir. Es ist eine Moab. Falls ihr auch mal Lust habt, als Supporter mitzuspielen, oder dass ich euch Supporter gebe, weil ihr einfach nicht so die Moab-Spieler seid, dann könnt ihr mir genauso eine Nachricht schreiben bei Facebook, Instagram, oder etc. Alle Infos findet ihr bei meinem Kanal. Genauer. Einfach vorbeischauen. Aber nice. Oh, zweite Moab gezündet. Angelika Merkel 3. Nice, Leute. Hier wird eine Moab nacheinander gezündet. Ja. Das ist cool. Leute, das verdient einfach Daumen nach oben. Vielleicht sogar ein Abo. Mit der Glock, Leute. Wenn jetzt noch einer eine Moab schafft, dann verdient das eindeutig einen Daumen nach oben. Aber wir schaffen keine Moab mehr. Leider. Die Zeit ist viel zu knapp dafür. Ah, das ist ja nicht schlimm. Ich glaube, ich klatsche noch eine zweite Folge hintendran. Also nach dem Video dranbleiben, Leute. Es geht dann noch gleich weiter. Also bis gleich, meine ganzen Freunde. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.